So, jetzt aber, komm, das muss doch jetzt mal klappen, bitte! FIFA, verarsch mich nicht! Hallo, hier ist er wieder, der weltbeste Footdraft-Let's Player auf YouTube ist back mit einer neuen Runde von Footdraft. Oh Mann, war der Witz flach. Der war so flach, dass er schon fast wieder lustig war, kann das sein? Nee, heute zweite Folge, ich hab in der letzten, oder unter dem letzten Video, also unter der ersten Folge, ja, so, jetzt haben wir's aber, ähm, direkt mal einen Kommentar bekommen, nach, ich glaub, nur 20 Minuten oder so, in dem Stand, dass ich doch lieber, ich glaub, Ronaldo oder so hätte nehmen sollen, äh, ja. Hätte ich Ahnung gehabt, oder hätte ich Ahnung von diesem, von diesem Spiel, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, allerdings hab ich keine Ahnung und von daher, ja, werden mir wahrscheinlich noch weitere Fehler unterlaufen, also bitte entschuldigt das. Ja, ich glaub, heute wollten wir wieder so ein bisschen Footdraft spielen, hab ich gerade eben schon gesagt, deswegen würde ich sagen, bilden wir das doch direkt mal aus, äh, ja. In der letzten Folge haben wir uns ja unser Team mehr oder weniger gut zusammengestellt, also wenn ich jetzt schon eine Beschwerde bekommen hab, dass ich lieber den und den hätte nehmen sollen, dann weiß ich, dass das schon nichts wird, aber ich bin mal gespannt, ähm, wir haben eine Teamchemie von 79, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, also, sagen wir mal so, 50 wäre ja die Hälfte, das wäre ausreichend in der Schule, und von wann ist das? Ich glaub, von 100 bis 93 ist sehr gut, kann das sein? Also sind wir irgendwo so im Zweier-, Zweiminus-Bereich, würde ich sagen, mit unserem Team, wenn man jetzt nach Schulnotensystem gehen würde, ja, ich würd sagen, wir labern gar nicht mehr so viel, sondern fangen dann heute auch direkt mal an mit unserem ersten Spiel. Hier sehen wir nochmal unsere Aufstellung, die haben wir ja so besprochen, ich glaub, mehr kann man da auch nicht rausholen. Von daher legen wir los, unser, wie heißen wir nochmal, äh, Nances FC oder so irgendwie, ich hab den Namen nicht bearbeitet oder so. Wir spielen einfach mal drauf los, äh, ja, Nances FC, Football Club, aus England, dann wahrscheinlich irgendwie so ein Billig-Team. Und wir spielen heute gegen Galway United, wie's aussieht, die einen halben Stern haben, also ich glaub, das könnte gut werden. So, hier sind unsere Trikots, wir haben zwei Trikots zur Auswahl, zweimal Liverpool-Trikots, woran das wohl liegt, welches wollen wir nehmen? Das oder das? Ich würd sagen, wir nehmen das einfarbige, einfarbige, die spielen im Auswärtstrikot, im weißen Auswärtstrikot. Und ansonsten kann's los, gegen mein erstes Footdraft-Spiel, oh, irgendwie bin ich doch schon so ein bisschen aufgeregt. Das kriegen wir nicht hin. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sag mal so, entweder wir kriegen's hin, weil die KI einfach so schlecht ist und wir erstmal auf Halbprofi spielen, oder wir kriegen gleich sowas, eins von der Mütze, einen auf der Mütze, was ich nicht erwartet hätte. So, hier haben wir Zlatan Ibrahimovic, unseren Kapitän. Egal, fangt mir denn mal lieber an zu spielen. Es ist ja fast schon so schlecht wie bei meiner Liverpool-Karriere. Da fliegt die Übung auch nie so gut hin. Egal, Nats FC-Spiel gegen Galway United, zwei Luschen-Teams. Ja, ich bin ja mal gespannt. So, die Spieler klatschen sich ab, wünschen sich ein erfolgreiches Spiel. Ich bin heute euer Kommentator, wie auch schon beim im Karrieremodus Frank Buschmann und Manni Braugmann kommentieren schon längst wieder in der Bundesliga. So, hier sehen wir unsere Aufstellung mit Manuel Neuer im Tor, Zlatan Ibrahimovic im Sturm, Graham Starling, eigentlich ein linker Flügelspieler, spielt er beim linken Mittelfeld. Das sagt schon ziemlich viel über meine Mannschaft aus. Äh, ja, gut, die andere Aufstellung ist relativ irrelevant. Hier sehen wir, ah, das Torwart-Trikot mit Neuer, aber diesmal im Tor, sonst mit Nulé, das ist so gewohnt halt, dieses Liverpool hier, das gefällt mir irgendwie. Aber ich glaube, wenn das so ist, dass wir hier wirklich jetzt Nats FC heißen, würde ich sagen, kümmere ich mich doch mal ein bisschen mehr so um mein eigenes, ja, mein richtiges Ultimate-Team. Und, ja, im Moment ist das, glaube ich, relativ easy, kann das sein. Also, okay, hier gibt es keinen Elfmeter, egal. Also, der erste Eindruck ist relativ positiv. Zu, äh, gut, wir haben noch keinmal aufs Tor geschossen, aber immerhin, äh, scheint der Gegner auch nicht allzu viel auf die Kette zu kriegen. Ja gut, das war schon mal wieder sehr gut von mir, dieser Einwurf gerade, aber egal. So, Zlatan Ibrahimovic, der Käpt'n, macht er es? Unser erstes Tor. Natürlich nicht, warten wir mal, aber was ich ist, kann er noch werden. Weiter geht's. Okay, ja. Oh, kriegt's ja auch den G noch, der ist ja schnell, den kriegt er noch, perfekt. So, hernlassen, das passt. Warum geht Dings nicht zum Ball, Louis Gustavo, war das Gustavo? Ich weiß nicht, egal, weiter geht's. So, unser Ball wieder. Ich bin ja mal gespannt, wie das heute wird. So, jetzt geh in die Mitte, ich hoffe, das verstehst du. Auch wenn die Chemie nicht so gut passt. Okay, das lag aber jetzt, glaub ich, eher an diesem komischen Pass. Als, als, an, ein Verständigungsproblem. So, Spiel zurück. Ganz ruhig, wir haben Zeit. Wir führen zwar noch nicht, aber, vielleicht gleich, wer weiß. Vielleicht liegen wir auch gleich zurück. Warten wir uns mal ab. Das sieht gut aus. Ah Mann, warum ist der denn noch dazwischen? Das kann doch nicht sein. Nicht nur der Karrieremodus verarscht mich auch. Ultimate Team verarscht mich, kann das sein. Irgendwie krieg ich im Moment nichts auf die Kette. Was natürlich daran liegen kann, dass ich A, zu schlecht bin. Oder B, die Chemie einfach zu schlecht ist. Oh, der erste Torschuss vom Gegner. Von Dings, der Punkt, der United. Mit wieviel Stern hat man die? Anderthalb oder so? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren die nicht allzu gut. So, jetzt komm, schick den Sterling mal. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Lag das an der schlechten Themenchemie? Oder war das jetzt wirklich eine schlechte Flanke von Sterling? Ich weiß es nicht. Es geht weiter. Belarabi ist das. Oh nee, da sollte der doch auch nicht hin. Was soll das denn? Okay, mir ist bekannt, dass in FIFA die Pässe nicht ankommen. Aus dem Karrieremodus. Aber das kann doch nicht sein, dass wirklich jeder Pass vorne im Sturm nicht ankommt. So, jetzt gibt's Freistoß für Galway United oder wie die hießen. Keine Ahnung. So, langsam sollten wir mal zu ersten Torchancen kommen. Okay, neuer Hattingen, ganz ruhig. Alles gut. Ne, ich geb's auf. So, jetzt aber komm, das muss doch jetzt mal klappen, bitte. FIFA, verarsch mich nicht. 1-0. Sauber. Sauber. Geht doch. Sauber. Wir führen tatsächlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Na gut, unser Spiel ist grottenschlecht, sagen wir mal so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt in Führung gehen. Leute, es liegt bestimmt daran, dass wir auf Halbprofi spielen. Und für Halbprofi-Niveau spiele ich gerade sowas von scheiße. Also, in der Karriere spiele ich irgendwie besser. Was vielleicht auch in der besseren Teamchemie von Liverpool in der Realität zusammenhängen kann. Oder zu tun haben kann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie mein Satz Anfang war. So, weiter geht's. Ja, okay. Na gut, und ich hab mir gedacht, wenn wir jetzt so das erste Draft, nennt man das mehr, jedenfalls das erste Mal diese vier Spiele gespielt haben, kann man sich ja vielleicht auch mal so an die ein oder andere Draft-Challenge wagen. Denn da gibt's ja auch so einige auf YouTube, die ziemlich interessant aussahen. Und vielleicht kann man die ein oder andere da ja auch mal machen. So. Geht doch. Oh mein Gott. 2-0 hat sich ja nicht gedacht. Aber warum nicht? Nimm ich gerne mit. So kann's weitergehen. Und Joseph Sousa. Das kann ich nicht. Ich glaub, den haben wir auch zum Schluss dazu getroffen, kann man sagen. So, Karim Belarabi kriegt den Ball nicht. Warum auch immer. Weiter geht's. Okay, nächster Freischuss für den Gegner. 36 Minuten sind erst rum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass bei Ultimate Team die Spiele generell etwas länger als 5 Minuten sind. Oder ob es daran liegt, dass ich das falsch eingestellt habe. Weil normalerweise bei der Karriere spielen wir immer 5 Minuten lang. Und das hier kommt mir jetzt doch etwas länger vor. Das ist Raheem Sterling. Sterling ist das. Legt sich den Ball leider ein bisschen zu weit vor. Schade. Schade. Da kam leider nicht an, Ibrahimovic. Hast du heute überhaupt schon ein Tor geschossen? Aber ansonsten geht das doch. Und dann würde ich sagen, na gut. Was wir auch machen konnten ist, mal Online-Draft zu spielen. Denn irgendwie ist das langweilig, irgendwie KI zu spielen. Und Ultimate Team ist ja eigentlich doch online. Von daher würde ich sagen, machen wir dann als nächsten, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt mit dem Draft halt. Dann würden wir diese 4 Spiele durch haben. Dann mit dem anderen Draft weiter. Dieses Online-Foot-Draft da. Falls ihr übrigens sonst noch irgendwelche Tipps für mich habt, wie ich was machen kann, oder worauf ich bei diesem Spielmodus achten muss, dann schreibt mir doch gerne einen Kommentar in die Kommentare. Ist ja logisch. Und dann erklärt ihr mir mal so ein bisschen, wie dieses Spiel hier eigentlich so funktioniert. So, und jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, weil ich mich auf die, äh, kann man Moderation sagen, weil die Kamera an ist, ich weiß nicht, konzentriert habe. So, erste Halbzeit ist rum. Zur Halbzeit führen wir tatsächlich mit 2 zu 0. Was ich ja nicht gedacht hätte. Und das sieht ja dann doch nach einem Sieg aus. Machen wir lieber weiter. Dann ist es schneller rum. So, unser Ball oder auch nicht. Mann. Äh, wo ist der Ball? Da ist er. So, jetzt aber. Sterling. Jetzt vielleicht mal eine vernünftige Flanke. Wurde aufgehalten. Okay. Was ist das bitte schön für ein Pass? Ich sollte hier vielleicht auch nicht so verrückt rumrennen. Und auch nicht unbedingt rätschen. So, ganz ruhig. Neuer hatte noch, heute noch nicht allzu viel zu tun. Jetzt auch mal wieder am Ball. So, jetzt aber. Da, ihr müsst euch auch anbieten, Jungs. Nicht nur da hinter den Gegenspielern verstecken. Denn so können wir keine Tore schießen. Und was war das jetzt bitte schön? Warum schießt der da auf einmal? Ich stelle mal lieber nicht so viele Fragen. Wollte ja eh keiner beantworten. Wird von EA. Oder von meinen Spielern, die da gerade so virtuell so ein bisschen kicken. Weiße. Oh Mann, Sterling. Warum kannst du den Ball nicht richtig zurechtlegen? Jetzt steht er nicht dumm rum. Mann. Oh Mann, nee. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Anschlusstreffer für Galloway United oder sowas irgendwie. Mann, Mann, Mann. Das ist jetzt echt überflüssig. Wir kommen einfach wieder nicht an den Ball und dann passiert halt sowas. Okay, von Walsh. Stephen Walsh. Nein, Walsh. Wie auch immer. Trifft hier. Okay, die haben gewechselt. Was heißt, dass wir eigentlich auch mal wechseln können? Das Problem ist eigentlich nur, dass wir hier keine richtig guten Spieler haben. Gut. Bellarabi können wir hier die... Nein, wir können die Formation leider nicht ändern. Gut. Trotzdem würde ich sagen, bringen wir Gareth Bale für Karim Bellarabi. So. Auch wenn das nicht so viel bringt, einen rechten Flügel für einen rechten Mittelfeldspieler zu bringen. Aber komm. Ich muss ja noch dazu lernen. Das ist jetzt immer meine tolle Ausrede. So, hier haben wir ihn. Gareth Bale. Linker Flügel. Reiham Starling. Der ist schnell. Rechter Flügel. Gareth Bale, der jetzt einfach hier mal durchlatschen kann. Und den Ball zum 3-2-1 reinhaut. Ich hätte natürlich auch flanken können. Aber wozu sollte ich? Der hat so viel Pace, dieser junge Mann. Und dann soll er es auch selber machen. Sauber. Geht doch. Geht doch. Und ja, irgendwie sollte der ja doch schon ein Tor machen als unser Kapitän. Und von daher würde ich sagen, versuchen wir es jetzt doch direkt mal. Okay, der ist ausgepowert. Okay, der ist ausgepowert. Das wird nichts. Oder doch. Oder doch. Oder doch nicht. Torwart hat gehalten. Ja. Ja, Alter. Was mir gerade mal so auffällt. Die Spieler von Galloway United sind alle nicht allzu bekannt. Und, äh, liegt das, ne, keine Ahnung, wo es liegt. Ist auch egal. Ja. Okay. So, 70 Minuten spielt. Eigentlich könnten wir gleich auch nochmal wechseln. Aber man, ich dachte, wir kommen durch. Oh Mann. Dieser Torwart, ey. Aber war eh abseits. Von daher ist es eh egal. Oh Mann. Jetzt geh doch mal richtig dran. Oder voll. Auch einfach mal. Okay. Ball ist im Aus. Gibt Abstoß. Für den FC. Ach, ne. Ist ja nicht. Levitable ist ja für, äh. Wie auch immer FC. Also, unser Futschraf-Team. Sagen wir so. So. Nächster Versuch. Okay, das war wirklich nur Ball gespielt. vielleicht ein bisschen zu weit vorgelegt. Wobei, Bale den Ball fast noch gehabt hätte. Passt irgendwie. Bale und Ball. Äh. Ball und Bale. So, jetzt haben wir es aber. Sterling ist das. Jetzt vielleicht nochmal der Kapitän, der heute irgendwie total unauffällig ist. So, komm, jetzt geh doch mal da richtig dran. Okay, Neuer hat ihn ganz ruhig und ich weiß, dass er ziemlich weit werfen kann. Oh ja, das kann er. Von daher hätte man das ja nutzen können, wenn der Ball angekommen wäre. Aber der Ball ist ja leider nicht angekommen. Oh Mann, ich sollte wieder normal kommentieren. Wie in meinem Karrieremodus. Und nicht so überheblich so, als ob mich das, was ich hier gerade tue, eh nicht interessiert. Weil ich eh negativ gegenüber diesem Spielmodus eingestellt bin. Aber Futsch ich das mal lieber. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Nee, 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 das geht nicht. Wie kann der den Ball denn so billig verlieren? Äh, ja, jetzt können wir gar nicht mehr an den Ball. Auch gut. So, Manu, den hast du. Ganz ruhig. Zwei Minuten gibt es übrigens Nachspurzeit. Also nicht allzu dramatisch. Aber das Spiel ist ja eh entschieden. Wir führen 3 zu 1. Da sollte jetzt nicht mehr allzu viel passieren, bis auf vielleicht noch ein oder zwei Fählepässe. Das war's dann aber auch. Wir gewinnen tatsächlich unser erstes Foot Draft Match. Unglaublich. Da sollte man ja eigentlich jubeln. Aber warum sollte ich jubeln? Denn wir haben ja noch lange nichts gewonnen. Und gut bin ich in diesem Spiel auch nicht. Von daher lasse ich das lieber. Oh ja, hier sehen wir noch mal Gareth Bale. Ein Schuss, ein Tor. Besser kann man es halt nicht machen. So. Äh, sonst noch irgendwas hier? Nein. Gut. Jetzt sehen wir hier die Spielerbewertung. Äh, Gustavo war anscheinend der Beste. Für mich eigentlich relativ unauffällig. Äh, mit einer Bewertung von 8,5. Lahm war ganz schlecht mit 5,5. Äh, Sterling 6,8, Neuer 6,8. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich weiß, das war früher immer bei FIFA 12 und 13. Da war die Bewertung beim Karrieremodus auch so. Äh. Oh, wir haben unsere ersten Münzen verdient. 412. Äh, wie nennt man das? Äh, FIFA Coins. Ich glaub, das sind Coins. FIFA Points sind die Dings da, diese anderen halt. Äh, achso, ja, keine Punkte. Äh, haben einmal gefault. Ja, wegen Fault. Minus 10. Äh, ja gut. Ballbesitz 45. Äh, gegen Tore minus 20. Okay, Karten 0. Schüsse aufs Tor. 5. Oder wie ist das? Na gut, ist auch egal. 412 Punkte, äh, ja, Coins. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was so am besten ist. Jedenfalls haben wir unseren ersten Sieg eingefahren. Drei weitere fehlen noch, um irgendwie irgendwas, ja, Großes zu gewinnen oder zu bekommen. Und, ja, den widmen wir uns dann in den nächsten, ja, drei Folgen von FootDraft. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Wenn du noch irgendwelche Tipps für mich haben solltest, schreib die doch gerne in die Kommentare. Ich lese sie auf jeden Fall und versuche die dann auch einigermaßen umzusetzen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen bei der heutigen Folge und ich denke mal, dass wir uns dann wieder übermorgen oder so um den Dreh rum wiedersehen. Danke fürs Zuschauen bei der heutigen Folge und bis, ja, wahrscheinlich übermorgen dann. Tschüss. Tschüss.